Ach du Scheiße, der friert jetzt nicht wirklich seinen ersten Block, oder? Ist er das, Digga? Oh mein Gott! Alter, bist du da? Jürgen, es geht, es geht! Alter, komm schnell rein, oder? Ey, Leute, Design ist am Start und heute, ihr seht's vielleicht schon im Titel oder im Thumbnail, heute gehen wir auf die Jagd nach Pokémon-Karten von McDonalds! Johoho! Baby! Übel Bock, Alter, gestern waren wir auf dem Discord, einfach übel random, sein Bruder, so, ja, ich hab Pikachu Holo bekommen und so, und ich hab einfach auch übel Bock bekommen, jetzt auf Pokémon-Karten, und er auch, und jetzt suchen wir einfach mal nach Pokémon-Karten und schauen, welcher Maggie das überhaupt hat. Ich war im Moment besonders neulich in Magis, gell? Hab ich dir ja gestern auch schon erzählt. Ja, ja. Und ich bestell für ihn ein Happy Meal, gell? Ich wusste nicht mal, dass es da schon Pokémon-Karten gibt, gell? Die so instant, ich so, ein Happy Meal bitte. Wir haben aber keine Pokémon-Karten mehr. Ja, hoffen wir mal, dass wir den Pikachu catchen, Digga. Also, ich würd' sagen, wir sehen uns dann vielleicht beim ersten Maggie, also, pfff, Digga, epic YouTuber-Life-Style, 2014. So, wir sind jetzt bei Maggie angekommen. Erstmal raus! Oh, shit! Oh, was? Ja, wir gehen jetzt rein, Alter, oder? Ja, Mann. Wir haben was. Hm? Die haben welche. Äh, da ist der Eingang, Bro. Okay, let's go. Ich frage, woran die renkt als erstes? Ach, schau mal, hier sieht man die. Da ist halt kein Pikachu, gell? Also, kann echt sein, dass das selten ist, so. Ja, ja, ja. Aber das sind alles Starter, Digga. Das sind alles Starter. Also, Updates. Äh, wir sind jetzt draußen. Der, äh, Boy an der Theke hat, äh, die Kamera, äh, gespottet. Aber instant! Und instant gesagt, dass wir nicht filmen dürfen und sie wegkauen sollen, haben wir natürlich auch gemacht und so. Ja gut, äh, wir haben jetzt drei Happy Mates bekommen. Ich hab' mir jetzt eins gegönnt. Äh, und Tarek hat sich gleich zwei gegönnt, der auf Gönner-Basis, Digga. Fässer gleich. Fässer gleich. Wir gehen jetzt zu Tarek und, äh, genau. Wir schauen mal, wir, ich halt euch auf dem Laufenden wegen der Pokémon-Karten, also dann. Also hier, Marshala. Digga, mach mal Thumbnail, mach mal so richtig... Geil, ey. Ja, mach mal auf, oder? Ja, jetzt schon, oder? Ich hab halt schon richtig hart Hunger. Ja, lass jetzt essen. So, jetzt geht's ran an Speck, Alter. Jetzt werden die Dinger aufgemacht. Hier hat man so ein Ausmalding. Gell? Ja, ja. Oh, ja, man hat echt so eine Kartenpackung. Das find ich richtig geil. Als ob echt? Ja, weil dann tu ich da die Karten rein, Mann. Junge, Alter, wie geil. Aber was mit den Stickern? Guck mal, keine Sticker, Digga. Weil das hätt ich geil gefunden. Äh, echt nicht? Doch, schau mal doch mal rein. Oder wie das war's? Ach, entweder kriegst du Sticker oder diese Box, glaub ich. Weiß ich gar nicht. Ich denk schon, ja. Also, so wie ich das gecheckt hab, sind da halt Starter drin, gell? Ja, einfach nur Starter. Also, nur Starter. Ja. Aber ich bin gespannt, also, welche wäre deine Lieblingsrate, unabhängig von wieviel die Werte und so, die du jetzt da bekommen wollen würdest? So, ich möchte einfach nur... So vom Pokémon her. Ich glaub, ich möchte wirklich einfach nur Glumanda, Digga. Echt? Also, einfach nur Glumanda-Maschelack. Okay. Deswegen ist mein Lieblings-Pokémon's Reptain. Ja. Und die Vorentwicklung davon ist Gekabor, aber den hab ich schon. Deswegen, ich glaube, ich will mich am meisten über so'n Bisasam empfunden. So'n Bisasam wäre schon geil, ja. Bisasam wäre schon geil. Ja, genau so. Jetzt hier auch. Uh. Ja, genau. Die muss noch anders rum. Ja? Meinst du? Okay, okay, egal. Ich weiß halt auch nicht, wo die Glitzer-Karte ist. Ja, ich hab die Glitzer-Karte schon gesehen. Weißt du, was vorne? Ja, ja. Es war ein Glurad-Match. Okay, okay, okay. Okay. Hier haben wir die Karten. Schön auf die Ränder achten und so, ihr wisst Bescheid. Ja, Centering. Ich krieg die mal hier so hin. Okay. Also, warte, oder soll ich die so hier drauflegen? Ich seh sie schon, ich seh sie schon. Wir haben als erstes einen... Cellars! Woooooh! Oh mein Gott! Es hat Teckel und Rasierplatz, Alter! Ich rasiere mich auf meine Köln. Oh, Memmeon. Memmeon, das ist eine neue Generation. Ja, Digga, die neuen sind ein bisschen trash wenn ich auch. Ah, ist nicht alle. Mal schauen. Oh! Der ist auch neu, der ist auch neu. Ich kann es nicht so tun, natürlich. Ich freue mich für den Trailer. Aber jetzt, pass auf. Dem greiß ich schon, aber der ist Glitzer. Boom! Glitzer Cellars, Alter! Ich bin reich! Der hat auch Rasierblatt an meiner Köln. Wie es schimmert, Digga, im Licht. Digga, echt? Das sieht richtig geil aus auf der Kamera, Mann. Ja, ja. Ja. Leute, Ladies, äh... Schreibt mir auf Instagram. Ja, okay, Digga. Da bist du dran, oder? Ja, okay. Ich glaub, ich ändere meine Meinung. Ich glaub, ich wär sehr, sehr zufrieden, wenn ich einfach nur Pannflamme bekomm. Weil, ja, Pannflamme... Pannflamme ist schon wild. Vor allem seine Wartermittlung. Erste Generation, die ich gezockt habe. Ja, bei mir auch. Echt auch. Bei mir auch. Also, ich hab zwar auch gelb gezockt, aber nicht als es rauskommt, sonst hab ich später es gezockt. Genau, also jetzt wirst du die Rückseite von dem Karten sehen. Genau, gell? Mhm. Ja, okay, stimmt, hast recht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber die Glitzer sind immer unten, gell? Ich find's voll krass. Glaub ich schon. Oh, Digga, das steckt ja richtig drin, Digga. Digga, pass auf. Ja, ich möchte noch Mint Condition sein. Ja, I know. Ah, nein! Wir haben's gesehen. Was war's? Irgendwas Blaues, irgendwas Blaues. Ja, ich hab auch Blaues gesehen. Ich hab auch Blaues gesehen. Okay, okay, okay. Ich mach mal so von oben. Fangen wir an. Obwohl, wir machen es professionell, okay? Ja. Ich schiebe einfach die Hinter. Oh, okay. Ah, okay. Das ist der K-Track. Oh! Okay, das ist geil, das ist geil, das ist sehr geil. Okay, das taugt. Nächstes Pokémon ist Feurier. Oh, Feurier. Du bist heute feurig unterwegs, Digga. Ich bin heute sehr feurig unterwegs. Feurier. Nächstes ist... Oh, Otaro. Den fand ich wild. Der hatte... Seine zweite Entwicklung war, glaub ich, richtig wild. Seine letzte Entwicklung ein bisschen trash, aber die zweite war auf jeden Fall cool. Okay. Der hatte solche Muscheln und so, glaub ich dir so. Ja, fand ich jetzt nicht so, aber... Okay, okay. Letztes... Ich glaub, war das die Generation, die ich gespült hab? Ich weiß es gar nicht. Ne, ne, das war sogar noch eine später. Ah, echt? Okay, klar. Eine war weiß und schwarz-weiß. Wer war bei dir denn nochmal? Äh, Pfandflamm. Also, das ist weiß... Plimfer, Plimfer. Das Pingruhen-Pochen. Okay. Ah, stimmt. Ja, die waren krank. So, jetzt letzte Karte. Irgendwas blaues. Komm, gön, 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 gön. Das wär sehr krank. Schiii! Let's go! Schiii! Oh my god! 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 Okay, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Bruder, ich raste aus, man. Schnell Top-Loader, schnell, 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 schnell. Ich pack's, glaub ich, wieder einfach in die Ding hier rein. Oh my god! Oh my god! Na ja, aber... Glaubst du, das ist viel wert? Also, ich hab das gleiche Schick halt, aber ohne Glitzung. Ey, ich sag's ganz ehrlich, Digga, ich find einfach diese Kombi einfach übel geil. Es fehlt ja nur noch der Bisa-Song, gell? Eigentlich schon, ja. Und Pikachu und... Ja. Aber hey, Digga, let's go, man. Das ist ein guter Fang, würd ich sagen. Übel. Ich bin, ich bin dabei. Ich bin dabei, Digga. Ich bin jetzt richtig gespannt, was ich hab. Bock schon? Also, ich glaub, ich geh gleich noch mal zu McDonalds. Da ist mal 5 weiter. Bro, ich find das, ich find das grad voll crazy. Oh! Ja, okay, komm, ihr habt's alle gesehen. Das ist ein feurige Glitzi-Feurigel, Digga. Let's go! Glitzi-Feurigel, let's go! Scheiß, du hast die Karten. Let's go! Hier, Glitzi-Feurigel, Digga. Flags. Das ist geil, Alter. Flags und einem Haters. Digga, gönn dir, gönn dir. Sehr geil, sehr geil. Der glitzert auf jeden Fall, ja. Das ist schon wild. Oh! Pikachu, Digga, let's go! Der hat Mahlzeit und Nagen. Sehr elektrisches Pokémon auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, guter Fang, Digga. Cellars, die Stars, Glitzi, Vollriegel, Pikachu war auch dabei. Jetzt frag ich mich halt, ob das Pikachu überhaupt was wert ist, weil es nicht glitzert. Ich weiß es nicht, Digga. Aber Digga, es ist in irgendeinem Süßigkeitenladen drin, also in irgendeiner Bäckerei, Bro. Das wär ich jetzt auch gerne an der Stelle. Ja, safe. Oh, Speedrun, Speedrun. Okay, Speedrun, wir haben noch 3%, also Shigi Holo übel, geil. Er hat Pikachu bekommen, Maschalak, Vollriegel, Holo, alles geil. Hol dich die Pokémon-Card, let's go! Hallo! Digga, wir haben First-Gen Charizard gezogen, Amanakoy. Einfach First-Gen Charizard.